Das sind die News auf TVO. Gestern geht auf der Strasse in der Region St. Margrethe nichts mehr. Tausende Autofahrer stecken stundenlang im Staum. Grund? Auf der Autobahn Richtung St. Gale ist bei der Baustelle ein Sattelschlepper auf der Grünstreife gekommen und stecken geblieben. Eine St. Galer Speditionsfirma fordert jetzt, dass das Linksüberholen bei der Baustelle verboten werden soll. Das zum Schutz von ihren Lastwagenfahrern. Rahel Rötlin. Michael Innauen ist ein erfahrener Lastwagenchauffeur. Schon seit zehn Jahren ist der St. Galer mit tonnenschweren Gefährten auf den Schweizer Strassen unterwegs. Aber bei der Autobahnbaustelle St. Margrethe ist auch ihm nicht mehr ganz wohl. Eine falsche Bewegung des Pw, eine falsche Bewegung des Lastwagenkrachs. Das ist in Sekunden schnell entschieden. Jetzt haben wir hier rechts ein Schlagloch. Rechts ein Schlagloch und dann zwickt es runter. Der Hänger schlängelt aus. Dann ist der Hänger bei ihm. Dann ist er bei ihm im Auto. Bei so wenig Platz müssen beide Auto- und Lastwagenfahrer höchst konzentriert sein. Verliehen mag es nichts, es geht um Zentimeter. Und genau das ist gestern Morgen am 51-jährigen Sattelschlepperfahrer zum Verhängnis geworden. An der engsten Passage der Baustelle zieht sie auf den grünen Streifen dran und bleibt im Dreck stecken. Die Folge stundenlanger Stau. Für Markus Egger war es nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passiert. Darum ein Tipp, wie man so etwas verhindern könnte. Es klingt jetzt ein bisschen extrem. Unsere Forderung wäre am einfachsten ein Überholverbot. Auch da kann man natürlich wieder diskutieren. Es gibt Situationen, gerade Stellen, wo man gut überholen könnte. Aber dann andere, gerade kurz nach der Autobahnraststätte in der Kurve, wo wir ganz klar ein Überholverbot fordern, dass es einfach nicht zu Missverständnis kommt. Ein Autofahrer sollte dort einfach leicht hinter dem Fahrzeug bleiben. Die Kantonspolizei St. Gallen kennt diese Kritik. Sie kommt immer wieder Telefon und E-Mail über von Leuten, die sich über Baustellen beschweren. Ich kann einfach sagen, eine Erfahrung. Wenn wir dort noch eine Spur hätten, hätten wir einfach viel zu viele Verkehr. Und die schlaue Autofahrer würden ausweichen auf das übrige Strassennetz. Das gäbe dann auch einen Kollaps nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch in den umliegenden Gemeinden. Beim Bundesamt für Strassen, kurz Astra, will man von einem Überholverbot nichts wissen. Die Baustelle sei nicht gefährlicher als alle anderen in der Schweiz. Die temporäre Verkehrsführung in der Baustelle entspricht einer Standardverkehrsführung nach Norm. Grundsätzlich ist linksüberholen erlaubt. Wir empfehlen jedoch, versetzt zu fahren, statt zu überholen. Nur leider halten sich nicht alle Autofahrer an diese Empfehlung. Dabei ist ihr Risiko viel grösser als das von den Lastwagenfahrern. Das Problem ist einfach wirklich, den BMW im Mach 2. mit 40 Tonnen Rollen. Du hast keine Chance mehr als BMW. Und so bleibt der Lastwagenfahrer, der Polizei und dem Astra nichts anderes übrig, als an die Vernunft und die Vorsicht für jeden einzelnen Autofahrer zu appellieren. Dannatet